Zergiftete Kuchen und tödliche Plätzchen. Pregnative Torte, auja, verdorfene Makronen. Nicht übel. Torte mit Schleunen geben. Klasse. Kirschtorte mit Kuranne. Lecker. Pudding. Mit etwas versehen. Genial. In dem Kessel mit Schleunen kochen wir erst Kärtatien. Darauf ein Narkotikum, einen Schuss Petroleum. Oh, zwei sind vielleicht besser. Ein, zwei Tropfen Jauchensapp, Blut von Fliegen massenhaft. Ein geplatztes Spinnenbein. Und dann Wurstersauce rein. Nein. Dann eben nicht. Wenn Narseen am Kochen ist, kommt dazu viel Pferdemist. Dann zwei Messerspitzen weg. Abgeschabtem Fensterkick. Nein, 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 ich gebe doch lieber drei. Dazu passt besonders gut. Zerabgekröntes Möwenblut. Ein geschrumpfter Hexenhals. Und darüber etwas Salz. Nein. Warum nicht? Tote Rappen in den Topf. Kobra-Dicht, wenn's geht vom Kopf. Drei Orangen ausgepresst. Das gibt jedermann den Rest. Ich gebe doch lieber nur ein Stückchen rein. Und zu aller guter Letzt werden Pillen zugesetzt. Das wär alles, denk ich wohl. Nein, es fehlt noch Vitriol. Nein. Oder doch? Also, ich weiß doch, was gut schmeckt. Das ist ein Stückchen rein. Mal sehen, kommt den Galliern bös zu stehen. Was frisst morgen früh am Nil? Die Familie Krokodil. Gallier-Fleisch. Lappeniedelnadel, du. Wow. Schuh. All片niedel. Glockenze. All片ndiedel.